Ich will nicht nochmal rüberkommen irgendwie. Ja, hatte ich irgendwie vor. Ja, und? Was hast du nicht gemacht? Hat sich was anderes gegeben. Multi, schaffst du es nicht? Ja. Einfach, wenn du gerade auf die Rampe rauf und jetzt nach rechts. Ja, genau. Du hast ihn umgetunet, oder? Oder hast du getunet? Ne, umgetunet. Na, okay. Aber trotzdem musstest du es eigentlich schaffen. Vor allem ist er ein T20. Einfach mit Vollgas die Rampe nehmen und dann den linken Stick nach rechts drehen. Nein, oh, Glück gehabt. Jetzt nach links, ja, gleich rüber drehen. Du hast so viel Geld. Das läuft die Zeit, ne? Ja. Ja. Ich nehme die Rampe mit mehr Zeit, dann habe ich mehr Zeit, um mein Auto zu drehen. Oh, Jay, beste Zeit als 54. Keine Ahnung. Ja, die erste Runde. Bei der zweiten habe ich jetzt wem, weil die scheiß Wall hinten verkackt. Weil ich da gar nicht hingelegt bin. Wenn wir mit dem ersten Mal gegen die erste Wall, knapp. Sie kriegen die den Looping-Sprung hin. Den Looping-Sprung? Ja, das Auto, der muss ja gerade ausrichten, ne? Ja, ja, musst du es drehen und dann... Das geht eigentlich, weil du ja... Du hast ja bloß eh eine Achse, um die du es dann drehen musst, wenn du richtig springst. Wenn es zu weh wären, dann hättest du mehr Probleme. Ne, musst du nur um zwei Achse, musst du das Auto einmal... Ne, wieso? Wenn du so rum springst, fliechst du ja auf dem Dach, dann musst du es bloß eh mal um eine Achse drehen. Ja, dass die Räder wieder nach unten sind und dann musst du das ganze Auto noch in die Fahrtrichtung drehen wieder, oder nicht? Nein. Das kannst du ja am besten... Okay, ich musst du das in meinen Fahrträder wieder drehen, das ist egal. Aber du stehst ja kopfüber. Du stehst kopfüber. Wenn du dann immer nach links drehst, willst du das komplette Auto mit dem Dach nach oben wieder, dann stehst du in Fahrtrichtung und kannst nicht weiter fahren. Stimmt. Naja, kommst du hoch? Naja, kommst du hoch? Naja, du brauchst das denn eigentlich nur einmal Komplettruppen. Dann bist du eigentlich... Naja. Nur machen wir mal zwei Runden hier. Fest aufnehmbar, unbewölkt Mittag. Schwerste Panzerung, zack. Snipers vs. Stunters unter Wasser, auf geht's! Oh na... Hör auf zu meckern! Oh Gott, ey, ey, ey! Nur zwei Runden hier. Okay. Alles cool. Alles schlecht, ey. Hallo, ein bisschen Ragl. Hallo, ein bisschen Teddy. Hallo, Freak. Hallo, Daniel. Einfach töten. Einfach töten. Würde Paul jetzt sagen. Alles töten. Alles töten. Alles töten. Okay. Wieso fängt man hier auch irgendwie an zu schwimmen? Oder wie läuft das? Nee, nee, nee. Wie fängt es hier an zu schwimmen? Die billigen Waffen daher, oder? Frage nicht von der Plattform, nicht von der großen, springen bitte. Das ist ganz gefährlich. Hier liegen auch schwere Schafschützen. Muss ich mal gucken, wie fahren muss hier. Alter, was packt da oben alles rum? Ja, die Pflanzen. Pflanzen. Ach so. Irgendwelche Pflanzen machen wir da rum. Tinten für schlanzen. Tinten für schlanzen. Tinten für schlanzen. Ah, Tinten für schlanzen, das ist ja doof. Ah! Ja, die Plattform ist ein bisschen clean, aber ich glaube, der konnte auch nicht mehr platzieren. Wenn du von der ganz großen runterfällstragel, von der ganz großen Plattform, dann responst und fahrst du oben. Und das Bibelse überschreit. Ach, ich bin drauf. AllesRaw, sehr gut. Sehr gut, hau's alle runter! Nein, 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 nein. Neinh Nein. Ich bin extra ein bisschen höher, dass du da schon aufräumen kannst. Diese Plattform ist so irgendwie merkwürdig, wenn du oben draus stehst. Ja, weil du die Grenzen halt nicht mehr erkennst, ne? Bist du unten wieder oder wann? Ja, ich hab mir runtergefallen. Aber ich muss sagen, hier kannst du nicht so wirklich zielen, finde ich. Bei dem. Na doch, ich ziel genau wie bei Sniper Stunders und alles geht eigentlich. Haha. Haha. Bei mir ist Mano hat voll rumgelitscht. Bei mir war er ganz normal. Wenn ihr rausfliegern, ihr kaputt seid und zuguckt, dann müsst ihr einmal Kamera wechseln, damit ihr ihn richtig seht. Sonst seht ihr nur Wasser oder so. Ich bin drauf, ich bin drauf und Mano ist runter. Ja, Mann, Ragell! Ragell, unser Mann! Er ist noch nicht tot, er ist noch nicht tot. Dann töt ihn. Er spawnt oben. Er spawnt oben, da gibt es Überstreitung. Steig mal aus. Ich will mal raus. Ich hoffe, ich jetzt läuft. Das war jetzt relativ leicht, da oben hoch zu kommen, fand ich. Äh... Wie ist jetzt der Breedinger hochgekommen? Mal nur Plattformen fahren. Wenn du unten von der Plattform runter schwingst, wie die Autos... Alter, wie das fahrt, dass er anhört über den Gegenteil. Ja. Ich muss auch gleich mal Särgestell. Ich leiste mal Mano gesellt. Ach, ist schon tot. Das ist aber wirklich doof. Da hat er allem nicht schon recht, da kann man nicht gescheit fielen. Und dann noch die Billigpistolen da. Nee, du hast auch schwere Scharfschutzgewehre. Du kannst unten wechseln. Du hast ja verschiedene Waffen oben. Du kannst auf schwere Scharfschutzgewehre wechseln. Da gibt es welche oben. Richtig, ich hab nur noch mal so. Nee, du musst ja durchscrollen da. Du hast ja alle auf einem Slot sozusagen. Ach so, ja. Ja. Aber Waffen mit Auto eben hat man keine, ne? Nee. Bistole oder sowas. Nee, das wäre ja mies. Nee, das wäre ja richtig doof. Ja. Geil. Kannst du mal versuchen, wenn einer rüber springt, abschlitzen. Durch die Frontschutzscheibe einfach. Das Frosttechnisch springt hoch, reißt du im Auto fest und schlitzt. Richtig. Das war jetzt normales. Besser. Ja, aber das ist mal ganz was cooles so zur Abwechslung. Ja. Unter Wasser. Das ist nichts, was du jetzt irgendwie 20 Runde ineinander spielen kannst. Das ist vielleicht für einmal oder so. Nein, nicht von der Plattform, wo wir drauf ist. So, schwere Scharfschützengewehr. Ja. Probiert. Oh, ne, nicht. 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 Ne, nicht. Ja, das ist dir manchmal echt schwer einzuschätzen, weil du ein bisschen. Ja,itat. Ja, ein bisschen. Bleiber. Hat keiner rein gefahren. Man hört doch nicht, wenn du fertig bist mit Nachladen. Das hörst du nicht. Macht gar, gar keine Geräusche irgendwie. Oh, da war knapp. Was ich sage nicht, wenn die da runterfallen? Dann sterben die von mir? Jaja, die sterben. Oder man spawnt, ja. Ach so, stimmt doch, wenn wir runter fliegen. Wenn wir runter fliegen, sterben wir. Ja. Na, einer auf'ren'n Dach. ich weiß nicht ob du das warst was los ist multi drauf oder was bitte bescheid hat nicht alles wie lange präsent auf kommst ich habe doch gerade an der stadt damit keine ahnung mich nicht durch diese wand kann man nicht durchschießen das geht nicht wir sehen die andere halb durchsichtigung hat das mit den wänden ist natürlich auch dürfen das nicht echt einer truf einer truf einer see wieder unten habe ich das wirklich nicht getroffen ich habe so wie passion für den aufschlag und kann zum stream sehen das ist ja wieder die asynchronität einer truf einer truf einer truf noch einer truf noch einer truf aber wieder hat mich er hat mich sehr schön an die kommenten das gefühl dafür bekommen ja ja so wieder andere haben wenn du wenn du irgendwie obendrauf springst der wagen alter einer drauf einer drauf einer drauf einer drauf manu drauf manu drauf ne du bist noch nicht tut der west tot und weg ich bin weg manu kommt auch nicht weiter noch einer truf noch einer truf und da ja eine plattform aus spargel jetzt selbst machen oder was läuft die zeit ab oder ja kommt gleich mit auto ja das nur 36 sekunden ich hoffe einmal versuche ich noch zu töten irgendwie die problematik ist sollte ich hochfahren kann er mich noch abschließen wir können ja ja klar wenn sie oben sterben lassen wir sind oder so ja das stimmt ja also frau daher ne spargel ist erstmal oberfläche auf der normalen welt spargel ist gleich weg gibt es überschreitungs zack auch dazu die hoffen ist außen überhaupt nicht gut er gefällt mir gefällt mich selten das war was anderes richtig das unterwasser rennen mit der spirale viel geiler ich würde mal so ein rennen fall was komplett unter wasser auch ist wo man nicht irgendwie oben anfängt und sich dann irgendwie runter glitschen muss ob es das gibt dann ist noch mal was mal gucken gibt ja viel unter wasser eigentlich aber das meiste was ich so gefunden habe was nager stunders und das matches und so müsste man den nächsten mal runterladen mal gucken mal ein paar testen davon meine unterwasserspielliste machen ein wassertag machen wir dann wassertag und ziehen wir uns alle als mehr jungen frauen an und jungen da ist noch nicht zu ändern wir durften schon liken dann nehme ich einfach meinen königinnen outfit das passt glaube ich dazu ganz gut ich bin um die fliege unten ich habe sich runter genommen ich kann von hinten an und hab dich mit einer oben und das geld gut ich wollte mal hallo sagen knapp an die hupen hört man gar nicht unter wasser dann wechselt ein auto stellt irgendwo ab aber nicht stell das bitte nicht dahin wo alle autos stehen doch wie das wäre das wenn ich ich hätte ein bisschen irgendwie die 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 rückantwort dass ich geschossen habe ich denke ich stehe alle am rand ich bin der tod ach scheiße der t20 ist zu schnell saubertscheier unten lach einer auf das war knapp manu ey trotzdem war es knapp ich finde die zeit ist ziemlich lang obwohl doch auf länger als fünf minuten das kann man das eigentlich stellen mal das was ist dann fünf minuten das kommt dann einmal so kurz vor alter marino schimpft runter jetzt muss ich nachladen ist schon wieder unten er klemmte los auf der rande wo sich trage ein kanten doch warum gut gut hallo hallo darf ich auch noch einen mitnehmen dass wir uns nicht unternehmen machst du ja mach ich manu ach ich versuche jetzt hat freak manu glaube ich ne ach ich fahr runter ach juhu fertig jub 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 jubi 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 jubi